Herr Schachinger, Sie waren vor vier Jahren schon mal hier im Römer in Frankfurt mit Ihrem ersten Roman, standen auf der Shortlist. Da blieb es bei der Nominierung und jetzt gestern haben Sie diesen Preis gewonnen mit Ihrem Roman Echtzeitalter. Er erzählt die Geschichte von Till, ein Teenager, der auf ein Wiener Elitegymnasium geht, auf dem er sich allerdings alles andere als wohl fühlt und er flüchtet sich quasi in eine Gaming-Parallelwelt. Dort ist er auch sehr erfolgreich im Gegensatz zu der Schule und Sie sind ja selber auf diese Schule gegangen. Das ist mitten in Wien, ein sehr traditionsträchtiges Gymnasium, die Theresianische Akademie 1700 irgendwas von Maria Theresia gegründet und man sieht schon außen an der Fassade, es wird auch direkt sehr eindrücklich, direkt auf der ersten Seite beschrieben, ein sehr imposantes Gebäude mit einem sehr imposanten Park und Sie haben da eben, wie gesagt, Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Wieso haben Sie diesen Spielort gewählt für Ihren Roman? Das ist wirklich schwer zu sagen im Nachhinein, warum man Dinge so gemacht hat, wie man sie gemacht hat. Ich würde jetzt mal von außen sagen, es ist ein Spielfeld, wo natürlich unglaublich viel passiert. Also Sie haben diesen Schüler, Sie haben verschiedene Jugendliche, Sie haben diese bösen Lehrer, dazu kommen wir noch, verschiedenes Lehrerpersonal und dann eben die Welt natürlich, die sich auch außerhalb abspielt. Und Till gehört zu denen, also weil Sie beschreiben diese Schülerschaft als sehr snobistisch, aber es gibt so ein paar Außenseiter oder so ein paar Freaks, die eigentlich gar keine Lust haben, da so mitzumachen, auch zum Beispiel nicht Fußball zu spielen, was da angesagt ist. Was sind das für Typen Till und seine anderen, ja wie gesagt, Außenseiter, die sich so ihre eigenen Wege bahnen? Naja, also der Grund, warum dieser Roman mit einer Schilderung des Ortes beginnt, also dieses Parks, ist, weil genau so die Kinder dort reingelockt werden. Also die Besonderheit an dieser Schule ist nicht das akademische Niveau, sondern dass sie in einer innenstädtischen Lage in Wien einen wirklich großen Park hat und wenn man beim Tag der offenen Tür war, der weiß, wie das abläuft. Da werden die Kinder hingeführt und dann sagt man ihnen, gefällt dir das? Willst du hier in die Schule gehen? Und die sagen dann manchmal ja, natürlich, weil sie so gelockt werden. Und es ist so eine Art, es ist schon so ein Normcore-Bonson-Mainstream vielleicht. Und quasi insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Till und seine Freunde irgendwie Freaks sind, sondern dass einfach quasi das, was normal ist, dort sehr festgelegt ist. Und wenn man sich dafür nicht so interessiert, ich würde auch gar nicht sagen, dass er ein Außenseit ist. Ich würde einfach sagen, er gehört nicht so richtig zu diesem Mainstream dazu, der sich dort ausbreitet und der die Leben dieser Kinder auch danach bestimmt. Also das ist in gewisser Weise wie so die Eintrittskarte in so ein relativ vorhersehbares Leben, wo man halt eben dorthin geht und dann macht man das, was die Eltern gemacht haben und übernimmt deren Praxis oder deren Kanzlei und dann schickt man seine Kinder wieder dorthin und das geht dann immer so weiter. Und für Till ist es so, dass allein aufgrund seines Hobbys er dort nicht richtig ist, weil es vielleicht den anderen, vielleicht wenn er auf einer anderen Schule wäre, wo es mehr um Programmieren gehen wird oder so, dann wäre das, was für ihn wichtig ist, auch, würde auch gewertschätzt werden. Und dort ist das gar nicht so, weil dort ist das eben so ein total absurdes, lächerliches Hobby, was dazu führt, dass er auch nicht viel darüber redet, was vielleicht eh auch schön ist, weil er dann, das ist mehr so, es ist mehr seine Sache. Es geht nicht, es geht bei ihm, also für ihn beim Computerspielen nicht ums Gewinnen, sondern eigentlich nur darum, Freude zu haben damit, weil es ja den Kontrast bildet zu seinem restlichen, nicht freudlosen, aber schon teilweise eher unfreundlichen Leben. Auch wenn ich natürlich keinesfalls in Versuchung geraten will, diesen Till in irgendwelcher Form zu ihm in Bezug zu setzen, weil natürlich es ist Literatur und so weiter, aber dennoch, wie haben Sie denn diese Schule erlebt? Ganz anders. Also ich war, Till ist ein sehr braves Kind, eigentlich er versucht halt, sich so durchzulavieren. Also eben deswegen würde ich auch den Begriff Außenseiter nicht verwenden, sondern er ist jemand, er ist einfach unauffällig, aber ihm gefällt das. Also er ist froh, nicht aufzufallen und er gibt sich eigentlich keine Mühe, irgendwie im Zentrum zu stehen. Und ich war ein ziemlich schlimmer Schüler und das war schon, also es gibt da an solchen Schulen diese älteren Lehrer, die eben darauf warten. Ich glaube, die freuen sich richtig, wenn so ein präpotenter Elfjähriger kommt und ihnen zeigt, dass er jetzt auch wieder keine Lust hat, die Regeln zu befolgen und dass sie ihn dann quasi brechen können. Und so war das ein bisschen. Also ich... Aber Sie haben in einem durchgehalten, Sie haben dort maturiert, wie man österreichisch sagt. Also in Österreich sind es acht Klassen, nicht neun, aber Sie sind ja dort geblieben. Ja, das ist vielleicht der zweite. Also man kann sagen, ich war ein deutlich schlimmerer Schüler als Till, aber dann auch deutlich braver, weil ich ganz bis zum Ende brav durchgehalten und mein Abi gemacht habe. Während Till dann am Ende schon ein bisschen, ja, zu einem Protest nachholt. Auch in Österreich hat sich natürlich rumgesprochen, dass dieser Roman an dem berühmten Theresianum spielt. Der Titel ist ja schon im Frühjahr erschienen. Jetzt hat er nun auch schon noch den Deutschen Buchpreis gewonnen. In dem Film, der gestern zu sehen war, von der Deutschen Welle im Römer und auch in verschiedenen anderen Medien jetzt, da geben Sie dort, also Sie sind mit dem Kamerateam dort hingegangen und wie Sie mir erzählt haben, nicht zum ersten Mal, sondern waren auch schon mit dem ORF dort in den alten Klassenräumen und haben dort Interviews gegeben. Sind die nicht ein bisschen sauer auf Sie, weil die Schule kommt ja nicht so wirklich gut weg oder sehen die das da, der Direktor, als Werbung oder sehen die es einfach sportlich oder mit Humor? Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich so eine Art von Eitelkeit ist, dass quasi so nach dem Motto, es gibt keine schlechte Werbung und Hauptsache es wird über uns geredet. Also so habe ich das mir erklärt. Es ist natürlich so, dass einige der Menschen, die dort waren, als ich dort war, jetzt nicht mehr dort sind, aber einige schon. Also ich habe mich gewundert, wie damals der ORF hat mir gesagt, sie wollen dort drehen. Ich habe gesagt, sie sollen mal fragen und ich habe mich gewundert, dass die zugestimmt haben. Inzwischen wundere ich mich nicht mehr, weil inzwischen ist das Buch erfolgreich genug, dass die sich trotzdem damit schmücken wollen, auch wenn eigentlich auf jeder Seite irgendwas steht, was ja, wenn man so ein Image aufrechterhalten will, vielleicht gar nicht so förderlich ist. Ich habe mich schon gefragt, ob die das irgendwann im Deutschunterricht durchnehmen. Wir hören aber jetzt mal, Sie lesen jetzt eine kleine Passage, damit Sie alle mal einen Eindruck bekommen von dem diesjährigen Buchpreisgewinner. Namhafte Absolventen sagen nichts über die Institution aus, die sie hervorgebracht hat. Und in einer kleinen Stadt wie Wien ergeben sie sich im Laufe der Zeit von selbst. Das Gymnasium Wasagasse hat Friedrich Thorberg, Erich Fried und Stefan Zweig. Das akademische Gymnasium Arthur Schnitzler, Lise Meitner und Erwin Schrödinger. Das Schottengymnasium Johann Nestreu, Johann Strauß und Ernst Jandl. Und so hat eben auch diese Schule gewisse Menschen, auf die sie verweisen kann, je nachdem, woher der gesellschaftliche Wind gerade weht. Auf Karl Loeger zum Beispiel war man früher deutlich stolzer als heute. Und die Namen Hermann von Trenkwald und Fritz Hamburger fallen gar nicht erst oder verschwinden hinter den Namen derjenigen, die wegen Menschen wie ihnen emigrieren mussten. Um andere momentan inopportune kommt man leider nicht so leicht herum. Denn wenn schon der SA-Obersturmführer Großvater hier war, dessen Abschneiden bei den Olympischen Spielen 1936 die Überlegenheit seiner Rasse eher widerlegte als bewies, und der Vater, der rechtskräftig wegen Leugnung des Holocaust verurteilt wurde, und schließlich auch der Sohn, dessen Präpotenz der österreichischen Demokratie unfreiwillig einen großen Dienst erweisen wird, kann man als Schule nicht viel machen, um sich zu distanzieren. Doch die deutschen Nationalen und Rechtsradikalen sind am Marianum nicht stärker vertreten als im Rest Österreichs, wo sie quer durch alle sozialen Klassen circa 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und wollte man die hier vorherrschende Geisteshaltung identifizieren, wäre es eher der Opportunismus. Ein typischer Absolvent dieser Anstalt ist jemand, der den vorhandenen Besitz seiner Familie weiter vergrößert, der als Arzt, Anwalt oder Unternehmer die Praxis, Kanzlei oder Firma seines Vaters übernimmt, dem es für seine gesamte Lebenszeit als Rebellion genügen wird, mit 17 seinen über das Hemd gelegten Pullover schräg über eine Schulter zu binden, statt symmetrisch über beide. Till wird nie so sein. Es wäre auch gar nicht so schlimm, wenn Till hier falsch ist, denn die Schule ist groß genug, um einen durchrutschen zu lassen. Einem, zwar eher aus Nachlässigkeit als aus Toleranz, den Freiraum zu gewähren, wenn schon nicht gefördert, dann zumindest in Ruhe gelassen zu werden. Das heißt, sie wäre es, ginge Till in die 1a oder die 1c, in die 3b oder die 5d, in jede andere Klasse als diese 1b. Denn während die Schule seit Jahren darauf hinarbeitet, ihrem Elitismus ein möglichst menschliches Antlitz zu verpassen, gibt es einen Menschen, der sich allen Anforderungen der modernen Welt, allen Kompetenzorientierungen gegenüber verhält wie ein unbeugsames gallisches Dorf. Und weil dieser Mensch Klassenvorstand, Deutsch- und Französischlehrer, Tutor und an drei von fünf Nachmittagen auch Nachmittagsbetreuer der 1b ist, müssen auch Till und seine Klassenkollegen Gallier sein, Bewohner einer Exklave von der Wirklichkeit. So, sprechen wir einen Moment über den Dolina, wie er genannt wird, den Klassenvorstand, den Klassenlehrer. Er hat drei goldene Regeln, die lauten nichts aus dem 20. Jahrhundert, also für seinen Unterrichtsstoff, keine Übersetzung und nichts, was nicht als Reklamheft erhältlich ist. Und Sie haben es schon angedeutet, er liebt es, seine Schüler zu knechten, also er arbeitet mit Angsteinflüssen. Man denkt die ganze Zeit, okay, das ist jetzt wirklich, also wenn, naja, das 20. Jahrhundert vielleicht noch irgendwann, aber das 21. bestimmt nicht mehr. Aber er ist, und das beschreiben Sie auch, eine ambivalente Figur. Er ist ja nicht nur das. Inwiefern? Ja, also erstens glaube ich, dass es zwischen Österreich und Deutschland im Schulsystem schon große Unterschiede gibt. Und ich glaube, in Österreich zweifelt niemand an, dass es solche Lehrer auch im 21. Jahrhundert noch gibt, auch wenn es schon die Ausläufer sind, auch wenn das ältere Lehrer sind, die irgendwann dann schon in Pension gehen. In Deutschland, glaube ich, ist vielleicht das Schulsystem ein bisschen weniger diktatorisch, weil da doch immer wieder, glaube ich, gedacht wird, dass das gar nicht mehr so möglich sei. Aber er ist ja auch an der Schule eine Ausnahme, muss man sagen. Genau, er ist eine Ausnahme. Er wird dafür anerkannt, dass seine Schüler irgendwie tolle Noten schreiben in der Regel, weil er die eben so sehr knechtet. Aber ansonsten ist das ja schon auch in der Schule ein bisschen befremdlich. Ja, es ist ein Biotop in einem Biotop. Also man kann sagen, diese Schule ist ein Biotop. Und dann gibt es innerhalb dieses Biotops diesen einen Lehrer, der ganz andere Regeln aufstellt und der auch die Schule sehr kritisiert. Das ist das Widersprüchliche an der Figur, dass er zwar für Till und seine Mitschüler in gewisser Weise die repressivste Seite der Schule verkörpert, aber andererseits auch der Einzige ist, der diese Schule wirklich offensiv kritisiert und der sich Dinge herausnimmt, die andere gar nicht. Also der dann zum Beispiel von der Jahrgangsversammlung sagt, er steht jetzt einfach auf mit seiner Klasse und geht. Und der sich so Dinge herausnimmt und der eben die Schule kritisiert, aber wieder aus den falschen Gründen. Also es ist auch nicht so, dass er dann seine Kritik ist zwar richtig in der Sache, aber er vertritt sie aus den falschen Gründen. Und so ist das vielleicht mit einigen Dingen, auch mit der Literatur. Es ist ja gut mit seinen Schülern zu lesen. Und es ist etwas, das ausstirbt. Zumindest in Österreich wird sehr wenig gelesen an den Schulen. Insofern könnte man das auch positiv sehen. Gleichzeitig die Art, wie dort Literatur vermittelt wird, führt nicht dazu, dass diese Schüler dann wirklich Lust bekommen, Adalbert Stifter zu lesen oder so. Ja, insofern zwischen diesen Polen bewegt sich das und Till und seine Mitschüler leiden zwar sehr und merken aber, dass immer wieder ältere Schüler kommen, die schon längst maturiert haben und den besuchen. Und das macht sie eigentlich am meisten fertig, weil es irgendwie für sie so eine Art Verrat ist, dass die sich denken, okay, wir halten das durch und irgendwann müssen wir den nie wieder sehen. Und gleichzeitig verweist es aber auch darauf, dass es wohl eine andere Ebene geben muss, weil sonst würden die ja nicht kommen. Und für Till und seine Mitschüler ist zwar klar, okay, das sind halt Idioten, aber irgendwann wird sich für sie auch die Frage stellen, wie sie dann im Nachhinein diese Zeit beurteilen. Bisschen klingt es jetzt nach einem sehr abwechslungsreichen, temporeichen, witzigen Schulroman, aber die Leserinnen und Leser, denen wird ja noch eine andere Welt offenbart, nämlich die des Gamings, vor allem des Age of Empire 2. Wie weit haben, also ich habe gerade schon gesagt, es ist eine Parallelwelt, in die sich Till in gewisser Weise flüchtet und trotzdem hängt das natürlich alles irgendwie zusammen. Wie? Ja, man kann sagen, das ist auch ein Biotop in einem Biotop. Also Gaming ist zwar ein sehr großes Feld, aber dieses Spiel ist dann eine Nische in diesem Feld und auch quasi, was Till macht, ist nur eine Nische von dem, was in diesem Spiel möglich ist. Also Age of Empire ist ein relativ altes Spiel, das aber immer noch gespielt wird, wo es ganz viele verschiedene Zugänge dazu gibt. Also Till ist jemand, der versucht, kompetitiv möglichst gut zu werden. Und das ist vielleicht das, was man von außen am besten nachvollziehen kann, weil das ungefähr dem entspricht, was Profisportler machen oder so. Aber es gibt auch ganz andere Zugänge zu dieser Welt, wo Leute als Hobby freiwillig Erweiterungen bauen. Und also Modding heißt das. Das ist eine riesige Sache, wo viele Tausende, Hunderttausende Menschen ihr Herzblut reinstecken, um Spiele, um neue Spiele zu machen aus alten Spielen oder die Spiele zu erweitern. Und ja, also das sind immer nur kleine Ausschnitte. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr Sie sich in der Welt des Gamings zu Hause fühlen. Ich kann nur sagen, dass dieser Roman Lust drauf macht. Sie haben in irgendeinem Interview gesagt, dass Sie sich eine Art Vermittler nehmen, haben das aber gleich wieder sehen. Also weil eben Sie sowohl in der Welt der Literatur zu Hause sind, als auch in der Welt des Gamings, haben das aber, glaube ich, sofort beräumt, dass Sie diese Vermittlerrolle alle angepriesen haben, weil alle jetzt von Ihnen, glaube ich, vermittelt haben wollen, wie die Welt des Gamings, mit der der Literatur zusammenhängt oder beziehungsweise wie man da einsteigen kann. Aber Sie geben den Leserinnen und Leser ja schon, also so ein Lustimpuls ist ja schon da, den Sie wahrscheinlich auch den Leserinnen mitgeben wollten, oder? Ja, darüber denkt man nicht nach, während man einen Clip dreht und man kriegt verschiedene Fragen gestellt. Und ehrlich gesagt, ich war an diesem Tag, wo die Frau von der Deutschen Welle da war, extrem erschöpft. Ich bin am Tag davor in der Nacht von einer Lesereise zurückgekommen und hatte so einen halben Zusammenbruch bei diesem Dreh. Und dann haben wir zuerst... Das merkt man aber nicht. Ja, das merkt, also man merkt es genau bei der Stelle, weil es gibt zwei verschiedene Einstellungen. Es gibt die Einstellung in der Bibliothek, wo ich eben diesen Zusammenbruch hatte. Und dann später, als es wieder ging, nachdem wir alles, also diese Sachen gedreht haben, wo man nur so herumgeht, habe ich gesagt, jetzt können wir es nochmal probieren. Ja, also das nur so, ja, so läuft das halt ab. Aber Sie haben ja auch eine Figur, die sozusagen eine gewisse... Also müssen Sie ja gar nicht als Autor Tonio Schachinger machen, sondern Sie haben eine Figur, nämlich die Mutter von Till. Die nimmt ja indirekt so eine gewisse Vermittlerfunktion ein, weil die hat eigentlich überhaupt nichts mit Gaming am Hut, wundert sich natürlich, dass ihr Sohn immer verschwindet am Computer, stundenlang irgendwelche merkwürdigen, brutalen, in ihren Augen völlig absurden, brutalen Spiele spielt. Und dann versucht sie aber so eine Art Zugang zu finden, findet ihn bedingt. Natürlich findet Till das Verständnis seiner Mutter sehr beschränkt, was die Gaming-Welt angeht. Aber sie macht dann einen Crashkurs und verliert sich in einem, ich nenne es jetzt mal Süßigkeiten-Spiel, wie heißt das, Crush of Candies oder so. Und entwickelt da auch nicht nur Gefallen dran, sondern eine Art Sucht, weil dieses Spiel nimmt ihr nämlich ihre Schlafprobleme. Also sie träumt dann immer von Süßigkeiten und damit sind ihre Schlafprobleme geheilt. Oder? Ja, also... Nicht? So habe ich das verstanden. Also man kann schon sagen, es geht um Vermittlung, aber es geht auch um die Unmöglichkeit von Vermittlung. Und es gibt eben eine Szene, wo Till versucht, eine Aufzeichnung von einem Spiel, das er selbst gespielt hat, seiner Mutter zu zeigen und zu erklären. Und das ist natürlich einerseits auch Vermittlung an die Leserinnen und Leser, aber andererseits geht es in dieser Szene darum, dass das gar nicht möglich ist, dass seine Mutter das versteht. Und für Till wäre auch der Umstand, dass seine Mutter Candy Crush spielt, nicht unbedingt ein Schritt dorthin, wo er sich befindet. Das ist, also wenn man sagt, ja, man möchte jemanden zum Lesen bringen und der liest dann irgendwie die Rückseite von einer Cornflakes-Packung, dann ist das noch nicht ganz... Ja, aber das ist ja das Schöne, Literatur hat ja auch Gott sei Dank keinen pädagogischen Sinn, sondern in dem Fall ist es einfach extrem lustig und komisch und sehr empfehlenswert. Am Rande klingt bei Ihnen auch der österreichische, etwas spezielle Politbetrieb mit, nämlich die sogenannte Ibiza-Affäre, Sie erinnern sich alle. Es wird genau beschrieben wie dieses Video, als es dann rauskommt, als es kein anderes Gesprächsthema mehr überhaupt gibt. Zufällig steht morgen, ab morgen der Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht, genau weil er in diesem Ibiza, wie hieß das, Befragung, gibt es einen bestimmten Namen, gelogen haben soll. Wie sehr beschäftigt Sie sowas jetzt noch so einige Zeit später? Ja, also dass es viele Gründe gibt, unzufrieden zu sein mit der Welt, ist klar. Dass Sebastian Kurz nicht mehr so oft vorkommt, ist für mich persönlich schon ein Grund der Zufriedenheit. Es waren schreckliche Jahre. Also Sebastian Kurz und eben Heinz-Christian Strache, der, also in der Passage, die ich jetzt gelesen habe, da kommt ja vor, die Olympischen Spiele 36, da war ein sogenannter Herr Gudenus, ist letzter geworden bei dem Rennen, das Jesse Owens gewonnen hat. Dessen Sohn war ein bekannter Holocaust-Leugner in Österreich und dessen Sohn war wiederum dabei bei diesem Ibiza-Video. Das wird im Roman quasi, weil das vor der Handlung spielt, wird nur gesagt, dessen Präpotenz der österreichischen Demokratie einen großen Dienst erweisen wird. Aber es gibt da gewisse Kontinuitäten und es war einerseits lustig, es ist immer so in Österreich, man lacht auch drüber, letzte Woche gab es ja so ein, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich nicht bis hierher geschafft, der Skandal, dass der österreichische Bundeskanzler, ist ein Video veröffentlicht worden, wo er mit so Funktionären spricht und sich über Kinderarmut lustig macht. Das war hier auch in den Medien. Ja, und sagt, man kann ja eher bei McDonalds um 1,40 einen Burger essen. Und so ist alles mit der Politik in Österreich, es ist witzig, weil es so abstrus ist, aber es ist natürlich traurig, weil das ja trotzdem die Leute sind, die regieren. Und weil sie vielleicht noch ungeschickter darin sind, zu verstellen, wie sie wirklich sind, als es die deutschen Politiker sind. Wobei die vielleicht auch, ja, vielleicht sind die auch nicht so schlimm, das weiß ich nicht. Das hat jedenfalls in den letzten Jahren schon öfters auch zu Romanstoffen geführt. Verraten Sie uns am Schluss noch, es gibt, also so viel sei gesagt, dass, also die Schule ist am Anfang sehr wichtig, diese Gaming-Welt, und dann tritt aber ein Mädchen in Tills Leben. Es wird zu einer Art Liebesgeschichte, aber eine, ich würde es mal sagen, skurrile, weil das ist eine ganz andere Welt, in die er da Eingang findet. Und er weiß auch immer nicht so genau, ob er jetzt mit ihr nur befreundet ist oder ob das Liebe ist. Was ist das für eine Geschichte? Naja, wie es halt so ist als Teenager. Okay, das heißt, als Teenager, er muss jetzt erst mal warten, bis er dann am Ende, und die Pandemie spielt dann irgendwann eine Rolle. Das sind ja dann ganz ungewöhnliche Situationen, in die man dann kommt, weil man eigentlich Distanz bewahren muss und sich aber dann doch irgendwie näher kommt. Gut, dann verraten wir nicht näher darüber, sondern Sie müssen es einfach lesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Ja, danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.